alle schönen Leute es geht weiter mit Let's Play The Last of the Last of the Time warum frage ich ja mit der Lara natürlich wieder mit meiner Freundin also Leute die frage ich jetzt wieso geht es so doof zum Zoraz ist ja dumm wer das Ende vom letzten Part gesehen hat weiß wieso fragt nicht so blöd oder wenn mein Part überhaupt generell zuhört ihr wisst ja hier kann man ja auch noch mal ein Herzteil zwei Herzteile kriegen ich will nämlich auch die letzten Herzteile mit dem kleinen Link Leute das macht der Eis kalt warte ich habe vor dem nächsten Tag habe 15 Herz K und das ist ja gerade das geile den kenten die 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 unter wasser bringen ok jetzt spielen wir erstmal hier die Hymne des Sturms Prozent 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 war ein Kurs und steht das in der Hand der BDL ein Herzheil die Kirsten die Kinder zählt ich müssen jetzt hier noch mal ein paar hier spiel jetzt ist nämlich alle frösche größer machen okay das wird wieder drüben größer nimm dies als lohn, wow, viel Geld 50 Rubiner okay, ähm okay, hoch ist der Weiße schonmal, das weiß ich auch schonmal da 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 guckst du überhaupt noch? ja klar, ich spiel dabei Fransy Farbs und guck mal nochmal 50 Rubiner, geil und Leute, wenn ihr Fransy Farbs kennt und denkt jetzt, ach, das geht doch gar nicht geht mal auf Optionen, dann ist da so ein Fall, da steht dann so, ja Optionen Vollbild oder nicht okay, meine Freunde hier, nochmal wieder 5 Rubiner, geil okay, und jetzt kommt, was fehlt mir noch? Himmeler, Sonne und Himmeler 2 okay, runter, also nach, irgendwann von Oklu, Selavit, das war der blaue, hoch war weiß, unten war gelb, Himmeler 2 war jetzt entweder, war der rote und Himmeler, Sonne ist dann der blaue so, jetzt kann ich mal so gar nicht mehr einsammeln Himmeler, Sonne ist dann blau ne, Junge des Sturms porst du dir A, Knopf, Dwarf, A, Schau wow, ich denke das hier als Gabe, hä? Alter, Mann. Muss ich doch hier die Sonne für euch spielen, oder wie? Okay, hab alle Frosche groß. Nimm dies als Lohn. Genau, es ist schon wieder. Okay, jetzt kommt das Kniffliger. Hey, wir sind die riesigen... Okay, also los dann. Hey, war doch runter, oder nicht? Alter, fickt das doch. Okay, Lara, kannst du mir kurz für mich reden, ich muss mich konzentrieren. Okay, also der Dominik, der muss gerade was machen. Ähm, also... Ja, wie soll ich sagen, was könnte man dann so besprechen? Ich hab keinen Glastenschimmer. Das war doch arm, Mann. Hey, wir sind die riesige Frösche. Zack, 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 zack. Äh, ja, was kann man besprechen? Schaus, wau, 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 wau. Äh... Wir sind die komische Geräusche, bringt der schon alles... Wiegt der schon alles hin? Fuck, das war jetzt echt der Fall, das war mein Fehler. Okay, Leute, sorry, das war mein Fehler. Okay, hey, wir sind riesige元rene Geil, Mann. EG EG EGH um wie schnell solchen das bitteschön machen und am Mann er ist beinahe geschafft so meine lieben Freunde, wir gucken jetzt an genauer schaß mal Chase wir sehen riesengleich geil, man er ist sehr konzentriert oh Gott der verpiss dich mal von mir okay noch einmal so, er versucht sich hier zu konzentrieren Leute, das könnte mehrere Fels geben, egal nein so ich hätte runterdrücken sollen oh oh das heißt nichts gutes jawoll hat er es geschafft das heißt es ist so es ist so das letzte Erzähl mit dem kleinen Link also das letzte Erzähl für den kleinen Link zu so es könnte man so besprechen wir sind auch wieder mitreden auf nachher müssen wir erst mal einen kurzen Feuerkontrolle uns bieten aber das war auch nicht vorher erst aufzunehmen nein du musst und kannst du bist trotzdem mit brauchen wir es oder wahrheit weil um weitere seite zu kommen müssen wir gleich erst mal beim feuerzehr mit wundererbsen liegen mit den letzten wundererbsen ich weiß ich hab jetzt gesagt ich will jetzt gehen wir hier rein und machen dieses spielchen hier auch alle waren im jungen angeboten weiß warum ich es nicht mit dem augen und erfolge der hawaii heute da war so man es hier ja genau was doch gelesen irgendwann muss ich die reine meine wiesen farm zeigt bei meint mann woran konnte es nicht erkennen woran kann ich das erkennen ich hab Angst das Falsch zu öffnen ich öffne mal lieber die hier falsch oh geiler Beispiel woran kann ich das erkennen ich weiß nicht ja das jetzt heller ist wünscht mir glück du weißt es noch nicht ich glaube es ist die bitte lass es die sein bitte nein woran soll ich das denn wirklich erkennen das heißt Textur hey ganz ganz ruhig Leute ich glaube ich nehme für dieses herz ja ganz kurz die Textur raus alle Leute also Leute ich nehme für dieses herz ja ganz kurz die Textur raus also wir sehen uns klar ja so Leute ich bin zurück und ihr seht jetzt seht ihr auch noch mal ganz kurz die Standetextur vielen daraus können wir einen rausgehen aber es wird nun die Standetextur wird nur für dieses herz der Welt verfügbar sein ich bin der hallo Mann ja die Prozent Prozent guck ich weiß nicht dass ich es ist die Gruppe fänden die Trünen sehen Toro wenn die nächstes Karte Jupp, bei mir leckt es. Bei mir ist gerade Standbild. Also sobald ich das Herz ein habe, Leute, tue ich die Textur wieder reinpacken. Jupp. Tuck. Tududududu. Da. Das war der Schlüssel, bei dem ich gerade verkackt hatte. Ich frage mich, woran soll man das überhaupt sonst mit der Winterkette zu erkennen? Keine Ahnung. Guck. Tududududu. Ja, cool, Mann. So, Leute, das Herz ist unser. Guck. Ah. Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud um ein gott sich zu hat sich verändert schon wieder macht er das ja das ist mit alle herzen mit dem jungen link erst mal eine flasche weil ich muss mir auch noch mal Käfer kaufen ich brauche gerade unter Wasser irgendwie ein weil Leute wir wollen die das erkennen mit der Montag wir haben und konnte man das kennen wurden die Sachen wo man durchgehen kann und durchfallen kann also die wurden die anderen Sachen wurden heller und die wo band die Mohnen durch ihn konnte wurden dunkler aber hier vor allem dass damit schon erkennen selbst lange kann sich diese Sachen nicht erklären genau ich muss es wissen ich bin ja so ist es hat treu ich schlau und so dass wir auf dem Baum stehen mit die in dass ich kaufe mir als Käfer ich habe keinen Bock mehr zu suchen ich habe glaube ich gerade wieder eine Einsamten sie gefunden werden auch 50 Rubin ja ja hier buch du hast gerne von der rechte freilassen möchte ich noch etwas kaufen nein mehr würde ich von dir nicht und jetzt ich denke ich jetzt alle bestimmt der ist so verrückt so ist mein freund verrückt ja weil ich zu groß gerade mit keinem gehofft du verraten dieses mit freundlich ich bin nicht klar es war reinkommen ich kann jetzt zwei minuten lang überleben eckett kam es sofort fest und das ist auch noch eine Wundererbs in das Loch gleich für den großen Link komm raus, komm raus, komm raus oh, helles Licht, helles Licht fuck und halleluja oh, sag mir bitte, dass das eine Einzel- oh ja, geil okay, jetzt nochmal jetzt nochmal zum Wasserteil, also zum Hylianischen See wenn das nicht mal geil ist hier hier baue ich mir nur was rein oh, meine Füße für die Vogelscheuchenpolter nämlich um sie endlich vollständig zu lernen ja, ja, jedenfalls die Geschwindigkeit, ich muss man kleinen Bruder zum Stillschweigen bringen ne, das habe ich mir auch schon eben gerade so gedacht nirgendwo, 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 nirgendwo wo sind die Vogelscheuchen? äh, Arthur nur noch vier Herzteile und die sind vom großen Link okay, ist ein Zombie naja, an diesem Beispiel das habe ich doch ihm da um beigebracht eine wunderschöne, die geht richtig ins Herz und jetzt bringe ich sie dir bei, Junge naja, hä reden ich bin Biron, das musikalische Vogelschleischengenie wenn ihr nicht einmal gehört habt, vergesst ihr es nie wieder süßer schwul ja Leute, ich gucke mir nochmal nach wie das geht also bis zum nächsten Mal zu tschüss tschüss tschüss